hallo und herz an und herzlich willkommen zu diesem video ich habe es nicht geplant ich habe sie dafür so gemacht aber dann ich habe hier 28 tun die ich öffnen möchte und ich öffne jetzt let's go ok also das geile wäre wenn ich jetzt nur ein brawler rausgegeben wird ein bonus die fünf gems gilt zugleich eine große box okay da war nix drin aus einer großen box habe ich garot bekommen und ja frank habe ich auch nur so zu fragen muss man später alles upgraden bitte neue brawler es kommt einfach keine neue brawler raus oh mein gott zwölf gems was war das das waren nicht mehr so wenig gems fünf gems wo so ein gems fehlt hier nicht aber im braunen feld ich habe jetzt fast die hälfte geöffnet ok nun habe ich die hälfte geöffnet und noch keinen brawler es könnte sein nein es kommt kein brawler aber ich muss ich nicht aufregen auch wenn ich kein brawler krieg naja wir bleiben ja noch zwölf boxen oh wieder mal was auf spike oh upgraden ok baby upgraden nice nice spike wieder ein bisschen poko zu münzen karl penny zwei tickets ja kacke keine brauche ich hab nur sechs boxen kacke aber wenn ich die ganze zeit zu negativ denke dann kommt sich der brawler na ja immer positiv denken waren halt nur ungefähr 28 bis 29 positiv denken oh mein doppler kein neuen brawler bekommen aber positiv denken ich glaube ich spiele wieder eine runde mit der befreundeten 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 LOL McFlurry Die Suppe war nicht mehr so schlecht eingesetzt, oder? Oh, die ist eine Baby. Oh, die ist fast tot gewesen, eine Baby. Oh, ja, ja, jetzt tot. Oh, wie? Oh, wie? Ja! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Noch eine Tür? Okay. Das ist Pech. Das ist Pech. Vielen Dank. 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 Ich starte noch mal ein Case Opening. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Gems gewonnen. Ich habe eine App. Da kann man wohl ein bisschen Gems kriegen. Vielleicht, ja. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht sage ich euch, wie die App ist. Aber wer willst du denn schon anschauen? Der Trick ist eigentlich voll simpel. Aber Pah, wen juckt? Oh, mich juckt, dass ich keinen neuen Brawler kriege. Waren das jetzt gerade 6 oder 5? Waren das jetzt gerade 6 oder 5? Ach so. Ach so, ich habe nicht mehr genug Gems. Ein Gem einfach. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Pam. 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 Ich denke mir so. Ich denke mir so wieder kein Brawler und dann kriege ich Pam. Ähm. Ich werde noch ein Ding. Epischer. Dann habe ich alle Epischen. Und langsam, aber sicher, nähern wir uns meinem Wunsch. Was? Was ist noch nicht rum? figures. Waren das nicht so gut ein, was ich selbst fühle. Wie heißt denn? und ich werde meine Supernicht setzen. Ich werde drei gehen können, das ist nicht fair. Drei, fünfter Platz, plus fünf ergibt Sinn nicht, aber das hat Nacht. Drei, fünfter Platz, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Danke. 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 Oh, come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, come, come. Come, 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 come. Come, come, come. Come, come, come. 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 Come, come, come. Come, come, come. Come, come, come. Come, 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 come. Come, come, come. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Oh! Ich bin der Nudel! Oh, öffnend Leben. Mein Gesicht ist angesprochen. Okay, passt. Wieder bloß zwei. Okay, Münzen. Ich mache jetzt Speed Opening. Sonst wird die Folge zu lang. Speed Opening. Speed Opening. Speed Opening. Speed Opening. Speed Opening. Fertig. Und damit wäre die Folge für heute beendet. Ich sage nur noch, ciao.